Jo Leute, herzlich willkommen zum fünften Part einer Extended Edition. Alter, dieses Spiel macht mich sowas von fertig. Ich weiß nicht, wie man drauf kommen soll. Ich hab nochmal nachgeschaut. Also erstmal weiß ich jetzt schon mal, dass wir mit dem Messer die Blätter durchschneiden können. Okay, das ist ja noch... Da könnte man theoretisch noch drauf kommen, aber ich bin da zu dumm zu. Und, ähm... Dann kann man die Bücher, wir haben ja ganz viele verschiedene Bücher bekommen. Da, wenn man sich die mal durchlesen würde... Ähm, wir müssen uns jetzt nicht alle durchlesen, aber ich muss das eine finden. Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Auf jeden Fall kriegen wir schon mal eine Erumschaft wieder, das ist ganz cool. Ähm... So. Dann war's das Letzte natürlich. Aus dem Buch ist etwas Silberstaub gerieselt. Ich behalte ihn. Wie soll meiner drauf kommen? Also wer legt sich diese Sachen überhaupt durch? Aber naja. Wir können jetzt diesen Silberstaub dazu benutzen. Ähm... Äh, nein, können wir nicht. Die Lampe etwas heller zu machen. Was... Da stand ja, dass sie ein bisschen heller gemacht werden soll. Oder dass wir die heller machen sollen, ja. Und jetzt versuchen wir das einfach mal. Und, ja. Die wird echt hell und das blendet echt. Okay. Und jetzt können wir auch ein bisschen mehr sehen. Speichert. Jetzt hab ich Angst, was passiert. Passiert irgendwas? Boah, Alter. Das geht aber mega tief da unten runter. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich... Ja, toll. Ich kann trotzdem nichts machen. What the fuck? Ich hab irgendwas gehört gerade. Verpisst euch. Können wir jetzt was mit der Dingensklinge hier machen? Nein, nicht mit der Inventory. Das muss doch auch irgendeinen Sinn haben. Nee, können wir immer noch nicht benutzen. Schwarzes Blatt, weißes Blatt. Goldens Blatt. Nein. Das Wasser können wir auch nicht rausnehmen. Das ist schon wieder der Punkt, wo ich keine Ahnung hab. Was ist das? Wo kann ich mich nochmal ducken? Ich komm grad nicht drauf. Wo war das? Okay, da. Kann ich so da vielleicht rein? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall da ist nichts. Wir sehen jetzt nur, dass es halt ein bisschen heller geworden ist. Und dass es jetzt ziemlich tief runter geht, aber sonst hat sich nichts groß verändert. What the fuck? Holy shit. Was war das? Das war der erste Moment, wo ich mich echt an diesem Spiel erschrocken hab. Aber was soll ich machen? Hey, ich stand die Kette sicher auch schon eben. Nee, können wir trotzdem nicht mitnehmen. Dient dazu, Holzblöcke zu zerregen. Ja, damit können wir nichts machen. Ich hab keinen Plan, Leute. Weißt, wisst ihr, so zwei Minuten in jedem Video schaffe ich irgendwas und danach ist 13 Minuten des Parts What? The fuck? Was war das? Why? Why? What the fuck? Die Steine waren hier doch eben noch nicht, oder? War die Steine da vorher auch schon? Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt wieder hoch mache? Das bleibt hell. Toll, und jetzt? Boah, bleibt denn das jetzt auf einmal hell? Die Klinge vielleicht wieder? Aber irgendwas muss das doch bringen, dass ich die anzünden kann. Hä, jetzt nicht mehr? Doch, jetzt. Es bringt nichts. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich muss nochmal, ich muss nachschauen. Ich hab sonst keine, keinen Plan, was ich machen soll. Ich hab schon alles gemacht, was man hier machen kann. Oder kann ich das jetzt irgendwie wegmachen? Nein. Nein. Vielleicht mit der Klinge hier. Hä, warum ist die schon wieder aus? Ja, danke. So. Nee, es geht nicht. Kann das hier auch nicht machen? Keine Ahnung, Leute. Ich muss nochmal nachschauen. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, da sind wir wieder und es eskaliert. Es eskaliert. What the fuck ist das? Ich wollte euch das eigentlich gerade zeigen, aber es hat auf einmal angefangen, ähm... Wer bist du? Es tut mir nicht mehr. Wie hast du das gemacht? Warte, nicht weg. At least sag mir deinen Namen. What the fuck? Was passiert? Alles verändert sich? Holy shit. Ja, äh... Ich musste mit dem Messer, mit diesem glühenden Messer, äh... meinen Arm aufschneiden und das Blut da reinlaufen lassen. Aber... Irgendwie ist das dann voll abgegangen und keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ähm... Ja, ich hab euch ja gesagt, ihr müsst das da so, ne? Ihr müsst euch einfach einen Arm schneiden. Das klappt nicht mehr. Okay. Ja, äh... Ja, äh... Also hier... Weiß ich nicht mehr. Und hier sind jetzt Bilder erschienen. Eine Nische in der Wand... Was? Ja. Aber hier ist, äh... Was ist, äh... Was besonderes, weil da ein Zahnrad abgebildet ist. Und, ähm... Ja. Ich glaube, ich will's nicht... Ich will's nicht angucken. What the fuck, Alter? Was ist passiert hier, Alter? Nein, Leute, bitte nicht schon wieder. Holy shit, Alter, hör auf. Warum isst du nicht? Warum isst du nicht? You're behaving strange. Has something happened? I'm just not hungry, that's all. Alright, Alter, ich erschreck mich so hart. Wenn dir jetzt irgendwas kommt... Alles klar? Der Tod war schwarz. Der Hass in Bronze. Die Freude golden. Die Einsamkeit silbern. Doch alleine... Die Lüge war weiß. Ja. Ja, ich hab natürlich eben schon nachgeguckt, was ich machen muss. Ähm... Leute, es tut mir leid. Aber ich komm sonst nicht mit diesem Spiel. Klar, Alter. Das ist zu hart. Ich muss... Diese Blätter... Auf die verschiedenen... Gemälde legen. So, was war jetzt was? Also, der Tod war schwarz. Der Hass ist Bronze. Das kann ich mir doch nicht alles merken. Das sieht aus wie Hass. Was war Hass jetzt nochmal? Hass ist Bronze, okay. Bronze ist... Bronze ist... Das. Okay, das haben wir schon mal. Das sieht mir aus wie... Ich glaub, der ist gestorben. Das sieht mir aus wie tot. Die Freude, Einsamkeit. Das sieht mir aus wie schwarz. Hier drüben müssten jetzt, ähm... Auch Bilder erschienen sein, ja. Das ist auch so. Ah, ich bin mir nicht sicher, was was ist. Oh, diese Geräusche, ne? Shit, Alter. Leute, ich hab keine Ahnung, was was ist. Also, ich hab jetzt Bronze und schwarz schon mal da dran. Die Freude ist golden. Wo freuen sie sich denn? Dann machen wir jetzt das goldene Blatt mal. Die sehen alle ziemlich happy aus. Die lachen alle auf jeden Fall. Einsamkeit, Silber, Lüge ist weiß. Das könnte natürlich... Äh, nee. Das hier könnte natürlich auch Einsamkeit sein, weil die alleine ist. Was war jetzt nochmal... Alter, ich komm da nicht mehr klar. So, Lüge war weiß. Einsamkeit, Silber. Einsamkeit würde ich jetzt erstmal machen. Muss das andere ja das andere sein. Einsamkeit ist, glaub ich, das da drüben. Was sieht mir danach aus? Dann muss das ja jetzt das da sein. Weiß. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich brauche mehr Hinweise. Okay, weil das ist doch falsch rum. Warte, nichts hab ich jetzt im Inventar. Das ist nice, okay. Dann mach ich hier mal weiße. Und da hinten Silber. Okay, das ist noch nicht richtig. Okay, das ist nicht gerade leicht. So. Tod war schwarz. Der Hass ist Bronze. Freude golden. Einsamkeit Silber. Ich bin klar, aber ich... Das muss eigentlich Hass sein. Ich würde sagen, wenn die nochmal das schwarze... Wo sind das... Da. Schwarze nehme ich nochmal ab. Das ist nämlich tot. Was verbrennen die... Äh, die töten das... Den Menschen da drauf. Das ist, glaub ich, Anna, die da getötet wird. Machen wir da mal schwarzen? Oh, war da grad so ein Auge rechts. Machen wir hier mal weiß hin. Oder vielleicht doch andersrum. Silber auf der anderen Seite. Weiß und Silber nochmal tauschen. Ja, ja, ja. So. Wollen jetzt was? Hä? Habe ich jetzt keine... Was ist das? Was ist das hier? Da kann ich nichts mitmachen. Oh, habe ich jetzt nur ein Blatt? Ich habe es doch gerade schon weggenommen da. Hä? Okay, jetzt habe ich es weggenommen. Da ist Silber hin. Auf die andere Seite weiß. Ich habe gehört, wie sich etwas aufschließt. What the fuck? Holy shit, was ist das? Ich glaube, die Tür ist aufgegangen. Die Tür ist auf. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe keinen Bock mehr für heute. Bis dann. Ciao, Leute.